Ein fettes Paket ist gerade angekommen und ihr werdet es nicht glauben, aber da ist mein Bett drin. Auch wenn das auf den ersten Blick weird und nicht wie ein Bett aussieht, glaube ich schon, dass ich euch überzeugen kann. Anleitung durchlesen, ganz wichtig und dann habe ich auch schon angefangen, das aufzubauen und ich glaube, ihr checkt langsam, worauf das hinauslaufen wird. Ich musste da noch so ein Verbindungsstück reinklemmen und dann war ich auch eigentlich schon fertig, hat echt nicht so lange gedauert. Es hält mich auf jeden Fall und ich finde, es sieht ultra clean aus. Außerdem haben wir noch ein Licht an die Decke gebaut und das war no joke, so wichtig, guckt euch mal den Unterschied an. Licht macht halt so viel aus. Das ist jetzt der Zwischenstand des Zimmers, wie findest du es und was würdest du hier noch reinklatschen?